Hi, herzlich willkommen bei Hertie. Ich zeige euch jetzt den Whirlpool Cancun. Der hat einen Durchmesser von 180 cm und eine Höhe von 66 cm. In diesem Pool passen 669 Liter Wasser und ist ungefähr geeignet für ca. 4 Personen. Wir haben hier eine helle moderne Rathahnoptik und ganz schönes Material. Dazu gehört auf jeden Fall eine Hülle. Die kann man mit einem Sicherheitsschutz, falls man Kinder zu Hause hat, ganz öffnen. Geht nur mit zwei Händen und dann einfach abnehmen. Im Drinnen ist er hell, hat unten 120 Drüsen. Hier drinnen haben wir noch einen Chemikalien-Dosierer, sodass nichts rumschwimmen muss. Die können wir ganz einfach in den Whirlpool dranschrauben. Dazu gehört noch eine Pumpe. Die wird mit einem FI-Schalter festgemacht, also mit einem Sicherheitsschalter. Die können wir an- und ausmachen. Bei der Pumpe haben wir ein hochklappbares digitales Bedienfeld, was auch aufleuchtet. In der Mitte geht es an. Hier haben wir ein Sicherheitsschloss, eine Sicherheit, die nach ein paar Sekunden angeht. Hier haben wir einen Timer, die Heizung, die Sprudelanlage und in der Mitte kann man nochmal die Temperatur einstellen und so weiter. Bei der Pumpe ist auch noch ein Getränkehalter mit bei, um Getränke abzustellen. Beim Whirlpool direkt haben wir hier unten auch noch ein Ablaufventil, falls das Wasser mal rausgelassen werden muss. Ihr seht hier, den Cancun, der gehört zur Einstiegsklasse, ist auf jeden Fall stabil, ist auch vom Umfang sehr breit. Kaufen könnt ihr ihn unter www.herti.de. Abonniert uns gerne, alle Links findet ihr in der Beschreibung bei YouTube. Kaufen soll mich jetztauchen. Abonniert uns gerne,